Ich möchte einen One-Take haben. Mein Lieblingsprodukt bei Junge ist das No-Beef. Besteht aus dem Dinkelhanse, einem No-Beef-Patty. Wer hätte es gedacht? Krautsalat und Burgersauce. Für mich ist das der perfekte Snack zwischendurch, gerade wenn man unterwegs ist, weil ich auch versuche, auf tierische Produkte zu verzichten. Morgens, mittags, auch abends. Kleiner Tipp von mir, das Produkt sollte heiß gemacht werden, dann ist der Genuss noch mal deutlich höher. Also kann ich jetzt. Nein. Nichts, kein Einmond. Hing und Gruß. Wie war es? Ich bin nur noch am Ende. ann-Divisner, nach dem. Wie war es? Wants, die Technologie? Ich bin nur noch am Ende.